Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten, hoffentlich sehen wir die heute auch, also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Bewegung. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Also so hart kann er nicht in diesen Zweikampf gehen, da hat er Glück, dass es nur Freistoß gibt. Wenn man das Foul in der Zeitlupe sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zücken müssen. Ja, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Jetzt müsste er flanken, Anspielstationen sind da. Ja, das sieht gut aus. Und das sieht gefährlich aus. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Und ganz sicher das zuspielen. Ja, für die Abwehr kann es Probleme geben. Wenn er jetzt flankt, das war für jeden, dass ich nicht hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Natürlich wollte er den Ball treffen, aber er hat den Gegner erwischt und deswegen korrekte Entscheidung gelb. Das ist natürlich bitte eine gelbe Karte zu so einem frühen Zeitpunkt in der Partie. Schuss und er bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Ja, war gar nicht so einfach, aber das hat er gut gemacht. Mit der Brust. So, den Platz hat er, wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. So eine Gelegenheit. Ja, den hat er gut gehalten. Aber für den Sturm ist noch was drin. Ein Weltklasse-Pass. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Ja, das hat er Kopf gesehen. Als hätte er es geahnt. Ja, so leichtfertig einen Ballverlust riskieren, mein lieber Mann. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Ja, und der hat einfach den Blick für das Spiel. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Flanke in den Strafraum und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Ja, gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und er überläuft, die Abwehrspieler. Vielleicht war der Abwehrspieler in diesem Zweikampf. Ein Tick aggressiver, hat sich gelohnt. Ja, schöner Pass, das macht Spaß. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Sieht so aus, als ob er den Ball heute gar nicht mehr abgeben hat. Und irgendwie konnte er den auch abwehren. Aber das ist ja sowas wie ein Torhüterspiel. Mensch, sind die gut aufgelegt heute. Guter Abwurf vom Keeper. Ein wunderbarer Pass. Und den hat er so gerade eben weggespitzelt, den Ball. Zwei völlig ausgeglichene Mannschaften machen hier den Sieger unter sich aus. Und die Entscheidung wird wohl erst in der zweiten Halbzeit fahren. Gut weggeköpft. Kluge Spiels. Hoch konzentriert, wie der Abwehrspieler da in den Zweikampf geht. Erste Halbzeit ist vorbei, es steht 0 zu 0. Naja, also zu so einem Fußballspiel gehören natürlich A. Chancen und B. Tore. Das wäre ideal. Das war in den ersten 45 Minuten noch Mangelware. Hoffen wir jetzt auf den zweiten Durchgang. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Und die zweite Halbzeit läuft. Das können auf diese Entfernung gesehen nicht allzu viele großartiges Zuspiel. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. So, den muss er jetzt verwandeln. Sicher pariert vom Torhüter. Keine Nachschusschance für den Gegner. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Ja, das sieht gut aus. Ja, sie machen hinten die Räume ganz eng. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Und wieder mal Endstation beim Verteidiger. Erstklassiges Zuspiel. Erstklassiges Zuspiel. genau in den lauf und er hat eine tor eiskalt die chance genutzt in dieser situation die nerven bewahrt torhüter spielen am liebsten zu null aber daraus wird jetzt nichts mehr und wir machen was jetzt knappe führung aber ist das jetzt richtig schon auf die defensiver zu setzen klasse und das über diese entfernung und das hat er ganz sicher und souverän gemacht richtig so klasse wie er den freien mann sieht super passt jetzt versuchen sie dahinten mit mann und maus ihr tor sauber zu halten super gemacht aus der distanz kann er gut schießen und das war ganz eng jetzt so bringt er den ball wieder ins spiel und der abwehrspieler blockt den ball ab ja und das kann er die beste spielen aus dem fußgelenk das ist ein weltklasse dribbling also der mann ist sein geld nun wirklich wert und jetzt müsste die flanke kommen ja für die flanke bedankt er sich hat den ball ganz souverän und daraus könnte was werden die abwehrarbeit ohne fehl und tage keine karte ok aber freistoß muss er natürlich geben nach dieser grätsche ein brutales foul das eindeutig mit einer karte hätte bestraft werden müssen schön mit dem kopf klasse aktion oh das könnte jetzt ganz gefährlich werden wenn er jetzt nur noch die nerven behält eine gute flanke schlägt ja das war nicht ungefährlich besser ist es da auf nummer sicher zu gehen und den ball erstmal raus zu schlagen jetzt die augen nur klasse mit den fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den ball gekommen haben sie das gesehen liebe zuschauer ja das spiel war ja schon vor diesen treffer gelaufen aber sie spielen hier weiter munter auf angriff herrlich ich weiß es nicht ich weiß es nicht der vorhüter ist der torschütze war bei dieser ecke mit nach vorne gekommen und haut das ding jetzt rein unglaublich und was für eine parade noch immer kein gegentor tom tolle leistung des torhüters und am ende steht sie ja 2 zu 0 so liebe zuschauer das war es von unserer seite tschüss und alles gute bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal